Guten Morgen aus dem wunderschönen Eschberghof in Donau-Esching, liebe FC-Fans und ein herzliches Hallo zu unserer Sendung. Ja, lasst die FC-Sonne rein, liebe FC-Fans und schlabbert mal einen anständigen Kaffee zum Start in den Tag. Miam, miam, miam. Aus der Morgentasse schmeckt es einfach noch besser. Gut gestärkt geht es in den Wochenendspurt. Achtung, mega Überleitung, wir wandern quasi ins Weekend hinein. Apropos wandern, wir haben wieder serviceorientiert, wie wir sind, für euch ein paar kleine Ausflugstipps ausprobiert. Mats ab, sagen wir Fernseh-Heinis dazu. Wir kennen ihn als Spielanalyst. Doch heute tauscht Hannes Dold Notebook gegen Wanderrucksack. Heiligsblöchle, das ist auch ganz schön gut. So, ich würde sagen, wir gehen mal auf Wanderung. Los geht's, gehen wir in Richtung Mathe. Zeig euch mal gleich ein wenig was. So, wir sind jetzt an unserem ersten Highlight angekommen und das ist bei einer Wanderung. Im Schwarzwald darf eines nicht fehlen und das ist, wie jeder weiß, Buren beim Hebel zu gucken. So, ihr seht, das ist eine unfassbar große Matte, die da ist. Es wird an zwei Standorte gleichzeitig geschafft. Und Highlight Nummer eins, da hinten, ihr seht ihr, das ist ein unfassbar großer Bulldog. Ich glaube, es ist ein John Deere, bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hätte er einen riesen Wellenmacher hinten dran. Unfassbar. Wirklich, wie ihr das nahe kriegt, das ist brutal. Ich glaube auch übrigens, es ist der Öspur, weil normalerweise, wohnt am Östberg, wird es wahrscheinlich der Öspur sein. Aber ich weiß nicht, ich frage nochmal nach. Nächstes Highlight, ich sage es euch, auf der anderen Seite, auf der zweiten Matte, ist einer mit einer Ballenpress unterwegs. Er hätte allerdings gerade, glaube ich, Probleme, technischer Art, weil er starrt und er hängt irgendwo hinten im Heck hin und muss irgendwas an der Mechanik machen. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder und gucken, ob wir das Problem finden oder was wir nur so entdecken können auf einer schönen Wanderung im Schwarzwald. Ah, ist das schön. Wenn ihr sehen, wir sind jetzt in der Matte drin und es geht ganz schön ins Loch rauf. Es ist im Schwarzwald normal, wenn du wandern kannst, aber ich sage es euch, ich habe das Freujahr schon immer mit der Mama und dem Papa gemacht. Und ich habe immer zu mir gesagt, Hannes, wenn du mal Stress bist beim Schaffen, dann gehst du wegen Wanderer. Und ich habe immer gedacht, nein, mache ich nicht. Und jetzt sehen wir uns selber, jetzt laufe ich selber ins Loch rauf. So, es war anstrengend. Wir sind jetzt aber oben auf den Berg angekommen. Jetzt machen wir zuerst mal eine gescheite Pause. Machen wir eine Vesper, so wie es sich gehört, wenn man den Berg rauf gelaufen ist. Und, ich sage es euch, wenn ich da rausgucke, das Panorama ist so schön, da kriege ich gerade die Bibel. Ich weiß nicht, ob wir es sehen, aber das ist Wahnsinn. Jetzt machen wir erst mal Pause. Und wenn wir fertig sind mit der Pause, wenn das Loch rauf geht, müssen wir das Loch auch wieder nachgauen. Aber dann gucken wir mal, was wir da unten noch finden. So, meine Lieben, wir sind jetzt unten angekommen, an diesem wunderschönen Weihau. Ja, da gibt es auch keine Ente. Ich habe bislang jetzt eine gesehen und da hinten sind noch mal zwei, aber kleine habe ich noch keine gesehen. Ich gucke aber auch mal, ob ich noch welche finde. Für mich war es das jetzt allerdings, ich sage es euch, ich bin fertig. Ich habe es aber richtig schön gefunden, mit der Elch unterwegs ziehe. Ich hoffe, ich habe der ein oder andere inspiriert können, dass wir auch mal in eine Schwarzwald kommen oder eine schöne Wanderung machen. Das Loch Nuff und das Loch Napp, gehört sich so. Ich sage jetzt, ich gehe jetzt heim aufs Cannape, weil ich bin fertig. Auf dem Heimweg gucke ich, dass ich noch irgendwo einen Schlotzer kriege. Und in diesem Sinne gebe ich zurück ins Studio. Viel Spaß und mach es gut. Ja, geh auf mein Herz und suche Freude in dieser schönen Sommerzeit. Merci Hannes. Meine Waden sind jetzt schon in innerer Vorfreude, mal selber loszukraxeln. Denn was gibt es Gesünderes, als an der frischen Luft zu sein? Das sieht auch unser Doc, Peter Schäfferhof, so. Leven Pitor, Jode Morje. Ich sage auch Jode Morje. Hand aufs Herz, Peter. Versteht dich bei deinem Dialekt eigentlich jeder aus der Mannschaft? Oder brauchst du einen Kölsch-Translator bei einer Diagnose? Auch den brauche ich nicht. Ich meine, ich könnte es auch auf Englisch. Aber ich glaube schon, dass es ganz häufig auch nicht übel ist, wenn man ein bisschen Dialekt spricht oder eben so einen gewissen Slang hat. Jetzt ist dem einen seine große Leidenschaft, Rosinen-Schnecken zu backen. Und beim anderen ist es die Märklin-Eisenbahn. Umgemünzt auf dich. Ist es ein großer Spaß, an so einem Knie herumzuschneiden und gerissene Kreuzbänder wieder zusammenzuflicken? Also ich habe eben noch jemand erzählt, es ist echt so, wenn ich ein Kreuzband operiere, sitze ich da und denke, und du kriegst auch noch Geld dafür. Also mir macht das einfach totalen Spaß und ich mache das gern. Und ich glaube, das Entscheidende ist aber, dass man die richtigen Leute operiert. Weil das macht nur Spaß, wenn man saubere Indikationen operiert und nicht einfach so wahllos jeden verhaftet. Jetzt hast du dich mit Paul Klein hier abgewechselt im Trainingslager. Habt ihr auch dasselbe Zimmer benutzt und die gleichen Unterhosen? Nein, wir benutzen verschiedene Unterhosen, weil meine müssen etwas größer sein. Der Paul ist ja schmal. Aber ansonsten sind wir schon richtig, also nicht nur Kollegen, sondern Freunde. Danke, Doc. Und nichts für ungut, aber ich hätte nichts dagegen, wenn das hier unsere einzige Begegnung für die Saison gewesen ist. Ich sage es mal, ob Kölsch, mach es gut. Alles klar, ich mach es gut auch gut. Ach herrlich. Einfach ein so sonniges Gemüt, dieser Peter Schäferhoff. Ähnlich sonnig wie die Aussichten beim Wetter. Nein, einen Paraplu brauchen wir hier wirklich nicht. Denn das Wetter ist très bien. Korrektement, Tony? Wow, c'est enfin l'été avec 27 degrés. Nous pouvons enfin vraiment bronzer. Pluie, il y en a pas. Nous nous attendons un ciel sans nuage. Les conditions sont excellentes. On le sait, c'est un peu comme Nice. C'est formidable. Merci Monsieur, c'est bon perspectif. Solche magnifiken Aussichten haben wir sonst nur, wenn wir durch die Feeds vom FC scrollen. Das war er, der Einsatz für unseren Internet-Doli-Icke. Ja, super, danke Timo. Jetzt ist es offiziell. Das Internet hat einen neuen Vorsitzenden, und zwar der Steffen Baumgart. Grund ist ein Video, das vorgestern gepostet wurde und komplett durch die Decke gegangen ist. Quasi direkt viral. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Ja, nicht nur mir haben uns total schlapp gelacht darüber. Auch der Jörg B. Cologne ist total überzeugt. Emotional, menschlich, bodenständig. Et hetz om rechne Fleck. Positiv verrückt und ein Bierbuch. Der richtige Mann für unseren FC. Und dann fügt er die indonesische Flagge hintendran. Warum auch immer, das weißt nur du, Jörg. Der Martin Böö sagt noch bei Twitter, wer sagt denn, dass er nie lacht. Dann haben wir noch was musikalisches gefunden, nämlich die Playlist aus dem Krafttraining. Ist zum Teil geleakt worden. Hyper, hyper sage ich nur. Ja, der Jonas E-180, sein Geschmack war es nicht ganz. Von ihm geht der Daumen runter und er sagt, Roland Kaiser hätte ihn deutlich besser gefallen. Gar kein Problem, Jonas. Das kriegen wir schnell gefixt. Und besser so. Und ich geb ab. Zurück ins Studio. Danke, Icke. Gott sei Dank hab ich bei der Trainerwette keine 10 Euro verloren. Ja, liebe Zuschauer, auch das Morgen-Magazin muss finanziert werden. Das üppige Moderatoren-Gehalt, das ganze Licht, die 700 Mitarbeiter hinter den Kulissen. So leid es mir tut, wir müssen an dieser Stelle kurz Werbung machen. Gut, dass seit vorgestern unsere Sponsoren eingetroffen sind. Nicht wegschalten, denn nach der Werbung geht es sportlich weiter. Ja, liebe Zuschauer. Das Tier des Tages Ja, Fahnen raus, Freunde. Denn heute beginnen in Tokio offiziell die Olympischen Sommerspiele. 339 Wettbewerbe in 33 Sportarten. Aber eine Disziplin hat es unerklärlicherweise nicht über die Grenzen von Donaueschingen hinweg geschafft. Das Olympische Ringewerfen. Deutschland, Österreich und die Slowakei kämpfen dabei um Ruhm und Anerkennung. Wer gewinnt die erste Goldene Ananas? Die Antwort gibt es jetzt. Und so viel sei verraten. Schaut euch meine Fingernägel an. Kaum noch was dran. So spannend war es. Wie will er das denn schaffen? Oh, ist das spannend. Das kann Gold sein! Das kann sein, die Goldmedaille! Kingsler, Schindler mein Name. Ich vertrete Ghana. Jawohl! Und die Frage ist, ob es jetzt das Allerbeste gleich zu sehen gibt. Und jetzt, jetzt mach dich mal kurz lang beim Bursche. Jan, kann man nicht lernen! Scheibenkleistert das, was ich sagte! Heieiei! Einer von fünf! Das ist gar nichts gewesen! Ich würde sagen, es ist okay, wir müssen es erst mal nachmachen. Ljubic ist Dejan, mein Name, ich vertrete Österreich. Und jetzt steht er dort wie eine Eins, kraftvoll, temperamentvoll. Er kann es doch! In einer ihm angepaarten Eleganz zugleich doch nur sanft streicheln zu wollen. Mein Name ist André Duda und ich repräsente Slowakia. Oh, mein Dates! Jetzt atme mal kurz durch. Uh, la la! Aha! Da muss man auch mal die Neun ziehen, Freunde! Oh! Nein, den! Und jetzt? Jetzt muss er gelassen bleiben. Ich bin auf jeden Fall Bronzer, ne? Hat nichts gebracht, ne? Das ist ja eine perfekte Inszenierung von Balance, Raumgriff, Losgelassenheit. Das ist ja ein Kunstwerk, hier. Ach, ist das herrlich, Freunde, das Beste der Welt, was es in dieser Lektion zu sehen gibt. Und schon ist er wieder da. Oh, mein. Und das ist schwer, oh, ist das schwer. Das kann gold sein, das kann sein, die Goldmedaille. Congrats to gold, congrats to silver. Kongressi. 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 Das freut mich sehr, ich hatte unangenehme Gegner, muss ich sagen, aber das ist meine Disziplin. Verdienter Sieger, muss ich sagen. Das kommt vom Palatschinken machen, glaube ich, weil ich sehr oft Palatschinken mache, passt das zu der Disziplin. Die Olympischen Spiele von Donau-Eschingen haben gerade begonnen. Und dann, da sind sie auch schon wieder zu Ende. Genauso wie diese Sendung. Verabschieden will ich mich auf Japanisch. Und Achtung. Subarashi Kenyobi To Subarashi Shumatsu Oe Oinori Shimazu Watashi Onomae Atimo Hyubas Shoshiku Ni Harakumi O Tabeamazu Sayonara. Auf Wiedersehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020